Hallo, willkommen zu unserem Matrix-Kurs. Ich bin die Bea und ich bin der Ol. Schön, dass ihr bei uns hier reinschaut. Sehr empfehlenswert, wenn ihr über die Quantenheilung hier einen Kurs haben möchtet, mit dem ihr wirklich in eurem täglichen Leben arbeiten könnt. Und ich meine wirklich täglichen Leben, sprich Kopfschmerzen, ihr könnt einschlafen, Ischias, Emotionen oder ihr möchtet eine Beziehung, ihr möchtet mehr Erfolg in der Arbeit. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten hier. Wir sind hier in der dritten Dimension und wir bauen eine Verbindung auf zu der fünften Dimension, weil die ganze Information der Matrix, wo auch ein ganz anderes Zeitverständnis herrscht, laden wir so wie herunter in unseres Energiefeld und wir machen eine Verbindung in die fünfte Dimension. Mit einer Absicht, das ebenfalls als Energiebrücke dient, laden wir diese Information runter in ein Feld von jemandem oder von sich selbst. Und dann kann es sich in 0,1 Sekunde kann sich das transformieren. Dann nehme ich Kontakt auf mit meinen zwei Handflächen, wenn ich dann die Handfläche spüre. Wenn ich das gespürt habe, atme ich aus, lasse die Absicht, die ich gemacht habe, für Transformation los. Und ihr habt vielleicht gesehen, ihr habt es so ein bisschen nach hinten genommen. Das ist die sogenannte Welle. Die Welle, das heißt, diese Transformation, diese Veränderung, die im Energiefeld oder im Körper drin geschieht. Ja, geschieht. Es ist nicht gemacht. Es ist Information, neue Information, höher schwingende Information, die der Körper unter das Energiefeld aufnimmt und transformiert. Fernanwendung, das Tönt so utopisch und zauberhaft ist es auch und ist auch absolut möglich, das zu tun. Weil Rolf und ich, wir haben das schon erwähnt in der Session vorher, dass wir eigentlich 99% unserer Klienten sind irgendwo auf der Welt und wir haben Skype-Verbindung und dann geht eine Matrix nur mit Fernanwendung. Ich konzentriere mich auf diese zwei Punkte, verbinde sie, dann muss ich noch zu ihrem Körper. Also, das wird mir gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020